So, wir befinden uns im letzten Zippel von der Kasse Mathe und hier beginnen wir jetzt mit kurzer Videoclip auf dem Rückweg voraus zu kommen, ja. Das sieht aus wie so Wasserbehälter, eine Kamera, ja. Hier eine wunderbare französische Toilette. Achtung beim Gehen, diverse Löcher im Boden und noch ein Raum mit, keine Ahnung, Lüftung oder so, weiß nicht. Und schon ist das Kellergeschoss begangen. Hier ist noch mal ein Räumchen. Und hier geht es wieder die Treppe hoch. Jetzt sieht man schon wieder eines Freie. Großer Raum. Blick nach draußen. Viel Metall. Blick ins Freie. Klosch scheint zu fehlen. Und auch hier freier Blick nach oben ohne Kloschenabschluss. Metall, Metall, Metall. War wohl mal zugemauert, aber ist zugänglich. Und schon sind wir wieder ins Freien. Der Graben. Und die Kasse Mathe von außen. Die Kasse Mathe von außen. Das ist eine Lä으�ische, die Kasse Mathe von außen. Ausatmen, die Uhr schuldigen. Die Kasse in der Kasse. Vielen Dank.